Geht's nur darum, das auszuhalten. Solange bis die Franzosen oder die Engländer schwach genug sind, um nichts mehr machen zu können. Bei den Franzosen wird's eh nicht mehr lange dauern, weil... ...sie so gut wie kaputt sind. Hey, wieso kann ich nicht höher? Ich weiß es nicht. Oh, das hat's echt gebracht. Mach ich erst Hauptquartier. Ach, das liegt wahrscheinlich am Hauptquartier, das hat... Verdammt. Kann ich die verstärken? Nee, aus irgendeinem Grund nicht. Dieses blöde Hauptquartier hat denn anscheinend... ...gut genug angeleitet, dass es doch funktioniert hat. Das wird's aber auch nicht retten. Wie verfahren haben die eigentlich schon? 25 Prozent. Das ist ja eigentlich nicht so viel. Das gibt's doch nicht. Was ist das für eine Eigenheit? Das lass ich lieber. Es sei denn... Ach, schade da hin. Bis dahin reicht's nicht. Ich könnte aber die Flieger vorschicken. Vielleicht kann ich dann tatsächlich die Bomber hier erreichen. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Oder ich mach... ...das. Wenn ich die Bomber hier hin stecke... ...dann können sie nicht direkt hier reinlaufen, was sie wahrscheinlich sowieso nicht machen werden, weil die werden den Teufel tun, das hier zu verlassen. Das ist schon 41 und wir kommen nicht vorwärts. Und ja, diese blöden Bergen hier... Was? Pindos. Keine Ahnung. Die Balkan... Äh, der Balkan. Die Karpaten. Die Karpaten. Ja, die Alpen sollten bekannt sein. Es ist aber schön, dass das alles ange... ...drehen ist. Was ist das? Eine Mine. Ja, ok. Steht nicht da, was es ist. Brest. Paris. Müssen auf jeden Fall Paris einnehmen. Weil dann ist alles, was hier ist, sofort weg. Aber bis ich da rankomme, dann müsste ich erstmal hier Sicherheit haben. Und das heißt, ich muss mich sowieso durchkämpfen. Der flüchtet. Der flüchtet. Der flüchtet. So. Schalten wir den. Das ist aber schön. Ich komme sogar... Vielleicht könnte ich ja hier irgendwas an... Ich greife mal das an. Naja, dann machen die Franzosen natürlich was, aber vielleicht auch nicht so schlecht. Jetzt greifen wir mal die an. Mal sehen, was da passiert. Ah, schade. Ich dachte, das ist mehr. Ja. Und das hat eigentlich nur was gebracht, weil tatsächlich die am Boden sind. Und das ist jetzt echt tragisch, dass ich nicht noch eine Einheit habe. Dann wäre die nämlich wahrscheinlich weg. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, damit haben wir sie. Damit haben wir die Niederlanden erobert. Endlich gibt's Käse. Jetzt kann ich die nicht verstärken, das ist voll blöd. Diese blöde Maschino-Linie. Es ist einfach sowas von... Wenn das nicht wäre, dann wären wir schon viel, viel weiter. Das hält uns so extrem auf. Diese drei Dinger. Wenn ihr Glück habt und ihr bekämpft die mal, dann kann es natürlich sein, dass die Maschino-Linie einfach zwischendrin zerstört wird. Das ist aber ein Rechtsechnis-Ereignis. Aber umso mehr freut es an, wenn es passiert. Habe ich da eigentlich Korps drin? Ist doch blöd. Ich könnte es doch nicht. Oh, oh. Oh. Dann haben wir Holland. Nur Countries. Wir werden erstmal geplündert. 236 Käselaibe. Drei. Oh, das war ja nicht so schlau. Ah, ich sehe aber gerade was anderes. Wir könnten eigentlich ganz heimtückisch hier hinten die Stadt holen. Man könnte nichts gegen machen. Das mache ich jetzt aber nicht mit den... Habe ich eine Korps-Einheit hier? Ne, leider nicht. Können das die Panzer hier machen? Oh, ja, der Panzer ist da vielleicht gar nicht schlecht. Ich kann gleich ein bisschen Schaden anrichten. Hier holen wir uns die Mine und dann nehmen wir die jetzt einfach mal in die Zange und dann sehen wir mal, wie lange sie das noch durchhalten. Anscheinend schon noch ein bisschen. Oh, hoppla. Attacke! Ich hätte die angreifen sollen, das wäre schlauer. Achso, nein, das wollte ich gar nicht. Zum Glück kann man es zurücknehmen. Oh, wir machen uns jetzt bereit für den finalen Angriff. Nein, nicht Operate. Die können da gar nicht angreifen. Ja, die Einheit wird vielleicht... Sieben Versorgungen. Ja, okay, die kann ich dann aufrüsten. Das sollte uns nicht weiter schaden. Die kann Prügel kriegen. Die könnte ein bisschen Prügel kassieren. Mal sehen, was dann wirklich draus wird. Mist. Jetzt kann ich das nicht machen. Ich das gewusst. So, kommen wir uns die armen Griechen. Unter deutscher Führung wird das natürlich ganz anders aussehen. Dann werden sie wieder Geld haben. Eigentlich müssen wir den Vorteil haben von der Erfahrung, weil wir sind doch die Deutschen. Und Deutsche sind hart wie Kropstahl. Dann müssen wir ja eigentlich stärker sein als die anderen. Ich glaube aber, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen einigen Einheiten, weil ich glaube zum Beispiel gegen die Polen... Oh. Die Polen sind, glaube ich, nicht nur wegen der zahlenmäßigen Unterlegenheit so schnell so kaputt. Jetzt werden sie aber mutig. Die Franzosen sind ziemlich kaputt. Was ist denn da für eine Stadt? Prést. Wir holen uns jetzt Prést. Die Scopes von den Italienern sind sowas von sinnlos. So, wer ist denn jetzt alles... Ne, wird alles erst mal verstärkt. Wir verstärken nochmal alles. Wir warten jetzt auf den hier. Wir warten jetzt drauf, was die machen. Die müssen einen Angriff machen, damit sie ein bisschen geschwächt sind. Und dann können wir mit allen unseren Einheiten direkt auf eine losgehen. Und dann hoffe ich doch, dass wir wenigstens einen von denen wegkriegen. Was ist denn verstärken? Supply 2, ja, ist das schön. Supply 3. Supply ist die Versorgung, also je mehr höher die Versorgung ist, umso höher können wir die Einheiten aufrüsten wieder. Hoffentlich überlebt das der Panzer. So, jetzt müssten wir die maximalen Forschungspunkte erreicht haben. Nö, haben wir nicht. Oder wie viel waren es denn? Achso, jetzt haben wir gar kein Geld mehr. Ah, Jet-Airkraft, schwere Bomber. Nehmen wir das noch. Okay. Das gibt es doch nicht. Ich hätte gedacht, ich habe die jetzt. Haben wir sie jetzt? Ja, geht doch. Die haben einfach den Vorteil, dass hier so extrem viele Berge sind und hier Wasser ist und man kommt überhaupt nicht an die ran. Bei der Türkei werden wir das gleiche Problem haben, einfach zu viele Berge. Steht bloß Berg. Keine Ahnung. Ist das keine Kette? Schwer zu sagen. Dann könnten wir auf jeden Fall den Franzosen hier unten auch Beirut wegnehmen. Wäre auch ganz lustig. Bloß, das hier macht mir ein bisschen Sorgen. Ah, das werden wir auch schon irgendwie hinkriegen. Und wir kriegen Runde für Runde mehr Geld. Und wir kriegen Runde für Runde mehr Geld. Die Dinger sind ein echtes Problem. Die scheinen auch ein echtes Problem für uns zu sein. Ich glaube, das war eine Falle. Ich glaube, den verlieren wir. Das wird kritisch für ihn. Wie kann man den aufrüsten? Oh, auf Maximum. Hm, vielleicht sollte man dann doch... Ich überlege gerade, aufrüsten oder... Oh, das ist eigentlich schade. Der hat schon fast maximale Erfahrung. Ja, ich rüste ihn doch mal lieber wieder auf. Jetzt ist mir einfach sicherer. Jetzt ist die Frage machen, wie die dritte Armee fertig. Die vierte Armee oder die fünfte Armee. Ich glaube, die dritte muss dran glauben. Alles auf die dritte Armee. Wir sind vielleicht das dritte Reich, aber die sind jetzt der Darmel. Die Bomber seid echt kacke. Oh, könnte gut werden. Ja, die Maschinolinie ist zerstört. Die nächste Runde haben wir den. Und dann holen wir den. Jawohl. Ach, die könnte man auch gleich nach Paris ziehen. Hm. Jetzt ist die Frage, was hat Hitler getan? Ich weiß es leider nicht. Ich wollte es eigentlich schon ein bisschen historisch machen, aber... Ja, das klingt vielleicht ein bisschen makabber, aber... Ja, die kann ich auch nicht aufrüsten. Warum geht das nicht? Wahrscheinlich, weil hier alles voll Berges und keine Sau durchkommt. Das ist auch immer so super. Ja, das ist so super. Vielen Dank. John, ja ...